Ladies and Gentlemen, das war sie, die neue Nummer 2 der deutschen Album Top 20. Und allein schon mit diesem Einstieg ist Sammy Deluxe das deutsche Hip-Hop-Comeback des Jahres gelungen. Danach kommt im Moment höchstens noch Sido. Verdammt nochmal, heißt der Titel des Albums, könnte auch von Anastasia sein, und wir sahen die erste Single zurück. So, kurze Pause, erstmal zum Luftschnappen und danach gibt's dann hier den schnieke-schicken Spitzenreiter der deutschen Album Top 20. Keiner schreibt mehr Songs als R. Kelly. Sein neues Album kommt wieder im Doppelpack. Happy People, You Saved Me steigt ein auf der 10. Auf dem Flughafen von Athen stand letzte Woche Katie Meluas Flugzeug kurz vor dem Start in Flammen. Katies Reaktion? Mist, jetzt verpasse ich meinen Termin im Studio. Call of the Surge auf der 9. Eine ungewöhnliche Bitte von den Söhnen Mannheims an ihre Fans. Die sollen bei den Shows ab November nämlich alle farblich abgestimmt auflaufen. An welchem Ort welche Farbe angesagt ist, erfahrt ihr auf der Website der Bands. Neues fällt jedenfalls auf die 8. Die ostdeutsche Antwort auf Ava Lavigne verliert ihren Platz in den Top 5. Verschwende deine Zeit von Silbermond Feld auf die 7. Auf der 6 steigen The Prodigy mit Always Outnumbered, Never Outgunned ein. Und 2 runter geht's für die Lollipops. Tanzen, Lachen, Party machen, jetzt auf der 5. Adios von den bösen Onkels fällt 2 Plätze auf die 4. Und auch nicht viel besser geht es der Kollegin Anastasia. Die muss ihren Platz auf dem Thron der Albumcharts abtreten. Anastasia jetzt nur noch auf der 3. Auf seiner neuen Single zurück protzt Sammy Deluxe ja ganz schön. Wie hysterisch die Leute abgehen, wenn ein neuer Release von ihm in den Läden steht. Anscheinend hat er nicht übertrieben. Verdammt nochmal, geht aus dem Nichts auf die 2. Zurück bei den Album Top 20. Und einige Ratefüchse unter unseren Zuschauern werden sicher schon mittels modernster Technik herausgeknobelt haben, wer denn da jetzt neu und breitbeinig auf der Spitzenposition Platz genommen hat. Die Ärzte natürlich. Und ihr hübsches Allround-Versorgungspaket, die Band, die sie Pferd nannten. Das Ganze erscheint übrigens parallel zum Abschluss der großen Tour der 3 Herren. Und ab jetzt werden sie sich dann vermutlich wieder in die diversen Winde der Welt verstreuen. Kennt man ja so von denen. Der eine schreibt dann vielleicht ein Kochbuch für Schlagzeuger. Der andere steigt massiv in den Häckel-Deckenmarkt ein. Und der dritte sitzt zu Hause und fragt sich, was die anderen beiden eigentlich machen. So oder ähnlich muss man sich das wohl vorstellen, wenn die Ärzte ne Pause einlegen. Hier kommt aus ihrem Werk zum Überwintern die Band, die sie Pferd nannten, Deine Schuld. Denk dran, das Leben ist kein Ponyhof. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.